Der Weihnachtsmann wollte gerade anfangen, eine Weihnachtskarte zu schreiben. Da kommt ihm ein Gedanke. Tipp! Mit einem runden Holzbleistift ohne Lackierung klappt das Experiment am besten. Er nimmt einen runden Bleistift, steckt ihn durch einen Schlüsselring und hält den Bleistift ganz leicht schräg, sodass der Ring gerade noch nicht rutscht. Dann beginnt er ganz langsam den Bleistift zu drehen, mal rechts rum und mal links rum. Was beobachtet er? A. Der Schlüsselring klettert rauf, wenn man den Stift rechts rumdreht und rutscht runter, wenn man ihn links rumdreht. B. Der Schlüsselring rutscht runter, egal in welche Richtung man dreht. C. Der Schlüsselring bleibt an der Stelle, wenn man den Stift dreht, egal in welche Richtung. D. Der Schlüsselring bleibt an der Stelle, wenn man ihn rechts rumdreht und rutscht runter, wenn man ihn links rumdreht. D. Der Schlüsselring bleibt an der Stelle, wenn man ihn rechts rumdreht.